Kiss Dad! Eine Hütte! Teufl chieft Schia Könnte auch nicht Shiva beschweren, ist auch okay. Fein ist halt so weiter! Nicht! Wo bin ich? Wartper! So, wo geht´s hier hin? Ich hab einen Fahrstuhl gefunden. Oh, eine Kiste. Verdammt. Darf ich auch mal? Verschönt mit euch Gegner, ciao. Ja, Kiste. Geht's da hinten hin? Hallo? Wann anfasst du? Oh, jetzt wieder runter. Wo ging denn dann die eine Treppe hin? Hm, hm. Ich will diese Kiste haben. Vielleicht geht's nicht lang. Geht nur da links hoch. Dieser Poltergeist, ne? Der sieht aus wie dieser Kopfzinger. Oh, Mr. Silent. Ach doch schon. Na gut. Oh, es lebt noch. Oh, es lebt noch. Oh, man. Oh, es lebt noch. Well, das lebt. Cool. wasser und für wind cool mit kann ich theoretisch zumindest mit dem 1 hier ist es denn ich glaube ich habe es auch schon ich habe es auch schon Winter? Winter! Da, da, da! Würoth Gott g Rustig! Boah. Löd. So. Jetzt komm ich aber noch nicht an die Kiste. Gemein. Toll, noch ein Fahrstuhl. Gebt keinen Tag. Fahrstuhl. Ha. Alter. Wir sollten da den Überblick behalten. Toll. Okay. Ist das anstrengend hier? Wo bin ich? Kiste. Alter. Könnte fast eine anspruchsvolle Pokémon-Arena sein. Ah. Toll. 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 Ah. Ich bin. Da 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 da. Ich will die Überblick sein. Ich werde den Moment wegziehen. Ich werde den Moment wegziehen. Glück gehabt. Yay, so meine Kästchen. Warum ist das Spiel so? Gert. Hilfe. Hey, warum? Achso, toll. Oh, das Spiel hat geheilt, oder? Kein Ernst. Tarnoff hat Fares umgebracht. Oh, er lebt noch. Oh, die Kästchen. Grünes Barretto. Das war's. Dafür bin ich mir jetzt rumgelatscht. Alter. Okay. 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 Oh, lol. Freiflug. Oh, geil. Kissed it. Wow. Fuck, das ist ja so lieb. Ah, fuck, das heilt den, ne? Mist. Ah, tot. Wunderbar. Ah, da vamos. Oh, no sé. En. Dude. 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 Ach nö, fahre es. Das ist okay. Wirklich, der ist blind. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ah, er ist tot. Ich hab das. Oder so. Das ist jetzt schon wieder. Sie wollen nicht mehr. Au. Unmünstig. Oh ne, Fahre ist gleich tot. Tue das. Oh ne, mir bleibt gar nicht anderes übrig. Ich muss da rein, ne? Wo bin ich? Ich find das voll irritierend hier drin, das ist doof. Ähm, wo sind wir vorhin runter? Hier, ne? Oh, Gott sei Dank. Oh. Hello. Oh. Oh. Ich glaub wir sind nicht mehr blind. Gott sei Dank. Alter, war das so krass. Da geh ich nicht hoch. Vergiss es. Gott. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. wenn der Narbs geht. Da hinten? Nein, das war so wieder blind. Oh, ich hasse es. Ich zählte gleich nochmal. Toll. Tricksvieh. Ich will erst wissen, was hier ist. Kisse. Nicht für dich. Nicht für dich. Auch nicht für dich. Ich will erst mit dir auch nicht. Schade. Ich glaube, es geht. Ich will erst mit. So. Zelten. Gute Nacht. Wie geht's dir? Speicher. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ah, ich schreck Gespenster, jetzt ist es okay. Bi, du hast dich gegrillt. Gibt auch nicht. Oh Mann. Aua. Au. Oh, Schmerz. Ich komme auch vorbei. Wann bestimmt auch. Menno, ich will die Kiste. Hm. Hm. Guten Tag. Äh. Warte, okay. Oh, ich hätte heilen können, oder? Grillnosechen. History-Treffen bei Glulblub. Yeah. Au, 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 au. Nein, ich erfahre es. Fuck. Au. Geht mit Azzelon Bescheid? Jo, klar. Kann ich machen. Ich will nicht sehen dann mehr. Bin ich blind? Ne, ich hab keine mehr. So. Muckelt dich. Muckelt dich. Azzelon lebt. Ja, natürlich lebt Azzelon. Der ist nur beschäftigt. Blöd. Warte mal, ich kann mich nicht bewegen. Halt, stopp. Jetzt. Ha. Wuhu, Kinster. Was passiert, wenn ich den da mache? Warte mal, haut das wieder ab. Nein, kommt zurück. Hey. Wer bist denn du? Königin Karnak? Was ist doch die denn hier? Ihr wagt es. Ihr werdet dafür bezahlt, meiner Wiederkunft in die Quere zu kommen. Was? Super Kiste. Hä, da war ein Elixier drin. Ich hab auch das in zweimal gedrückt. Au. Oh, es ist eine Hand geworden. Au. Konkerts. Konkerts. O-O-O Oh, ganz 14 Schaden. Geil. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss das nochmal machen. Hey. Das war zu schön, aber geil. Ja, der hat mich nach vorne gezogen, der Penner. Und töte. Ich wollte nur einmal drücken, nicht zweimal. Nur einmal gedrückt.